Kerze richten und los geht die Sause. Eine Torte aus Salat, Seelachs, Garnelen und Möhren, die hat sich die unechte Karettschildkröte im Deutschen Meeresmuseum in Stralsund mit ihren Partygästen schmecken lassen. Der Anlass, der 50. Geburtstag. Erste Altersanzeichen, die manch menschlichen Altersgenossen plagen, sind dem Tier fremd. Es bedeutet für uns, dass wir natürlich sehr stolz darauf sind, dass sie schon mal so alt geworden ist, weil man nicht genau weiß, wie lang, wie Altschildkröten werden können. Wahrscheinlich so zwischen 70 und 80 Jahre, vielleicht auch sogar 100 Jahre. Aber das zeigt für uns, dass die Pflege hier bei uns sehr gut ist, weil sie ist auch schon seit 30 Jahren hier bei uns im Museum und wir freuen uns, dass sie nach wie vor natürlich besser Gesundheit ist. Als gerade geschlüpftes Jungtier kam sie 1965 in den Tierpark Berlin. Von dort ging es nach Leipzig und vor 30 Jahren als erste Meeresschildkröte nach Stralsund. Ihren Geburtstag feierte sie zusammen mit zahlreichen Besuchern und einem Taucher, der zum neuen Lebensjahr noch eine kleine Massage spendierte. Und auch die Torte kam hervorragend an. Das Geburtstagskind hatte sie innerhalb weniger Minuten verputzt. Musik 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 Musik